Die Handelskammer macht sich für Sie stark. Wir geben Impulse für attraktive Rahmenbedingungen, damit sich unser Wirtschaftsstandort erfolgreich weiterentwickelt kann. Wir vertreten Ihre Interessen in der regionalen und internationalen Politik und auch in Vorständen, Kommissionen und Arbeitsgruppen. Und wir bieten Ihnen Top-Dienstleistungen. Profitieren Sie zum Beispiel bei Aussenhandelsfragen vom Know-how von unseren Expertinnen und Experten und lassen Sie Ihre Exportdokumente bei uns beglaubigen. Knüpfen Sie an unseren Veranstaltungen wertvolle Kontakte zu Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und stellen Sie Ihr Unternehmen auf unserer Plattform MemberHub ins Rampenlicht. Werden Sie Teil der Handelskammer. Jede Mitgliedschaft verleiht der Stimme der Wirtschaft mehr Gewicht. Wir freuen uns auf Sie.